Ich habe mich als kleiner Bub immer ziemlich gefürcht von den Grandpanen und von den Berchten und habe dann eben selber eine Maske geschnitzt und wollte selber mitlaufen, dass ich dazugehör. So habe ich eigentlich mein Trauma dann mehr oder weniger bewältigt oder bewältigen probiert, weil ganz abgeschlossen habe ich immer noch nicht mit dem Trauma, also bin ich immer noch in der Therapie. Ich bin der Reuter Martin, wohne in St. Koloman in Salzburg, ich sehe es mir da in meiner Werkstatt, in der Krampuswerkstatt und das ist eigentlich mein Beruf, Krampusmaskenschnitzen. Wichtig wie bei jedem Handwerker eigentlich ist, dass man einen Plan hat, was man tut. So ist es auch bei mir. Jetzt mache ich mir da eine Skizze für die nächste Maske. Im Maurer zum Beispiel kann ich keine Haus bauen, die noch keinen Plan hat. Was ich gelernt habe, ist Bildhauer. Ich habe 2016 die Meisterprüfung abgelegt zum Bildhauer. Holz, Stein und Metallbildhauer und bin seit 2016 selbstständig. Also ich bin jetzt da gerade beim Schnitzen von einer eher traditionellen Krampusmasken für heuer und bin eigentlich jetzt schon vom Stadium her relativ fortgeschritten. Also das ist das Gröbste mit der Kettensorge ist eigentlich schon passiert. Jetzt bin ich eben gerade beim genaueren Anlegen von den ganzen Flächen und von den Knochenpartien. Da legt man eigentlich mit der Kettensorge dann grob die Flächen an, von der Stirn, von der Nasen. Dann sieht man auch schon ein bisschen die Augenhöhlen, wo die sind, die Ohren natürlich auch. Und dann geht es eben ums Schnitzen mit dem Stemmeisen, Schnitzeisen. Und dann wird das alles so anhand der Skizze geschnitzt. Das ist eigentlich eine schöne und einfache Arbeit, weil das Ganze, also wie die Masken eigentlich ausschauen sollten dann als ein Fertiger, das ist vorher schon im Holz alles da. Ich muss nur das weg tun vom Holz, dass die Masken dann so ausschauen, wie es ausschauen sollte. Ich habe eigentlich damals als neunjähriger Bub den Wunsch gehabt, selber als Grandpa zu laufen. Und habe eigentlich dann keine Masken, habe ich mir nicht kaufen dürfen. Jetzt bin ich zum Opa gegangen und der hat mir dann ein Stück Holz gegeben. Mein Papa, der war Bodenleger, der hat mir Stemmeisen gegeben. Und so ist es dann da hingegangen. Da habe ich mir meine erste Masken geschnitzt. Da war halt natürlich auch die Erfahrung noch nicht so vorhanden bei mir. Da hat es einige Missgeschicke gegeben. Also da sieht man noch, wie die Maske gebrochen ist. Da ist man glaube ich zwei oder dreimal auf der gleichen Stelle gebrochen beim Schnitzen. Aber ich habe nicht aufgegeben und habe die Maske fertig gemacht. Und so gut es halt damals gegangen ist, habe ich es fertig gemacht. Mit der bin ich dann auch gelaufen und dann ist es weitergegangen. Ich habe mich dann für die Ausbildung zum Bildhauer entschieden. Das ist jetzt ein Weimutskiefer. Ich nehme eigentlich ich her, weil es gut zum Schnitzen geht. Ich habe da als Ausgangsmaterial ein Stammviertel. Das ist halt auch ein Grund dafür, weil Zierm, sage ich mal, so schöne, ostfrei. Ost ist eigentlich meiner Meinung nach nur lästig beim Schnitzen. Da möchte ich halt auch immer wieder den Blick zur Zeichnung. Handwerksberuf war sehr erwünscht, sage ich mal. Da ist mir eigentlich fast in die Wiege gelegt worden. Irgendwas mit Holz, das habe ich immer schon gewusst. Und habe dann, was meine Eltern halt nicht so begeistert worden ist, dass es Bildhauer war. Das war halt ein bisschen schwierig zu vorstellen, dass man von deinem Leben kann und mit deinem Geld verdienen kann. Reine Arbeitszeit bei so einer Maske ist eigentlich schwer zu sagen. Weil natürlich jede Maske ist ein Einzelstück. Jeder Kunde hat seine Vorstellung, wie er Masken ausschauen sollte. Dann gibt es natürlich von, sagen wir mal, wie ich die jetzt da schon eher einfacher gehalten von den Formen her und von der Grässe her. Da brauche ich circa eineinhalb bis zwei Tage mit Bemalung und Haarmontage oder Kupferlmontage, bis die Maske fertig ist. Und je nachdem, wie aufwendig dann die Masken natürlich sein soll, ob es ein geschnitzter Bord sein soll oder extrem menschlich, muss man sich natürlich dann dementsprechend mehr Zeit lassen, dass man auch noch da mischt und so dann da auch richtig ist. Das Coolste ist einfach, wenn man in der Früh aufsteht, gehen in die Werkstatt runter, nehmen einen Brocken Holz und ein paar Stunden später hat man dann eigentlich ein Gesicht, einen Charakterkopf mit einem Ausdruck. Man sieht am Ende des Tages, was man da hat und kann damit die Leute glücklich machen. Das ist eigentlich das Coolste. Da ist jetzt schon der fertige Rohling eigentlich geschnitzt mit den Schnitzmessern. Der Bord, der kann jetzt mit geschnitzten Borden, zwei Zipfen und geschnitzter Frisur ganz rundherum, ist da schon geschnitzt und ausgehöhlt, weil sich eigentlich jetzt nicht mehr nur dann den Schnitt von der Bandsack da noch die Masken wieder zusammenpicken, zusammenleimen und dann kann es weitergehen. Dann werden da Augen eingebaut, Augen eingesetzt, Hörner montiert und die Übergänge modelliert und dann ist das Ganze eigentlich fertig zum Bemalen. Ja, also da ist eigentlich momentan ein regelrechter Boom in der ganzen Szene mit den Masken. Also nicht nur Masken, Felle, also die Anzüge, das wird alles ziemlich gehypt momentan. Und wie gesagt, ich bin schon seit acht Jahren jetzt selbstständig und die Nachfrage reißt nicht an. Genau, wenn eben da jetzt der Rohling soweit fertig ist, dann geht es uns beim Malen. Und da ist jetzt einfach eine normale Acryl-Grundierung, erste Schicht. Von den Farben her, also wenn man jetzt sieht, der Rohling, das ist eigentlich moderne Masken, im moderneren oder wilderen Stil, sage ich mal. Und da gibt es dann in Salzburg, im Gasteinertal, gibt es, da sind die Krampusse eigentlich noch, oder da wird darauf geschaut, dass die Krampusse richtig traditionell gefertigt sind, die Masken, die Laufen. Und da gibt es eigentlich nur drei Farben, weiß, schwarz und rot. Da haben wir ein schwarzes Gesicht, einen schwarzen Kopf mit weißen Augen und rote Lippen oder rote Zungen. Das sind so die traditionellen Farben im Gasteinertal. Ein Larven, also Holzlarven, das ist eigentlich der traditionelle Begriff für Krampusmasken. Und bei uns im Salzburger Raum oder im Pinzgau, Bangau, sagt man halt dann Holzlarven. Und ich bin eigentlich da jetzt vom Stil her, glaube ich mal, breit aufgestellt. Von menschlich bis Viecherköpf, bis Berchtenköpf. Also bin ich eigentlich nicht eingeschossen auf einen Stil, sondern mache eigentlich die ganze Bandbreite. Das sind jetzt Bezois her, ne? Ist, glaube ich, ein Mischling aus Ziegenbock und Steinbock, glaube ich. Das sind über einen Meter lang. Ich glaube, einen Meter fünf. Und die Schlauchlein. Und dann können wir bei den Masken dann, wenn die so montiert. Wenn man sich dann vorstellt, dass derjenige, der die Masken dann trägt, das ist ziemlich ein Großgewachsener. Und der dann vor einem steht und da da herkommt, dann wirkt er schon bedrohlich. Da gibt es eben von menschlich bis Viecherköpf, sage ich dazu, sind eigentlich Orks. Und da war eigentlich der Filmherr der Ringe ziemlich maßgebend, sage ich mal. Da sind dann die Schnitzer auf die ganzen Orks eben ziemlich abgefahren, sage ich mal. Und auch die Leute haben so Sachen bestellt. Das sind jetzt die fertigen Masken, die ich heuer schon gemacht habe. Die oben, die mit dem Bord, die schauen eigentlich alle ziemlich gleich aus. Die sind aus Alu gegossen. Da habe ich eine Maske geschnitzt und dann von einer Gesserei gegessen lassen. Und das ist eigentlich eine Gruppe. Da schauen dann eigentlich jede Maske gleich aus. Außer bis auf die Farbe. Man sieht, der eine will dann schwarzen, der andere will es ein bisschen heller haben. Oder der Krapus ist eigentlich der Begleiter vom Nikolaus. Und ist da, dass er die bösen Kinder quasi bestraft. Und der Bercht, die dann nur in die Raunächte laufen. Also die erste Raunächte ist die Raunacht, ist die Damasnacht. Das sind eben die ganzen Raunächte um Weihnachten, um Neujahr herum. Und die vertreiben eigentlich den Winter und bringen Fruchtbarkeit und Gesundheit. Da bin ich gerade dabei beim Kupferlmontieren noch. Das gehört dann noch fertig gemacht. Das gehört dann noch sauber verklebt. Und dann wird dann noch sauber noch Übergang geklebt. Und dann schaut die Maske eigentlich dann aus, wenn die Haare drauf sind, wie echt. Wenn die Hexe dann in Aktion ist, kann man das Auge ausschlagen. Ja, das ist eigentlich momentan ein bisschen ein Trend. Dass man Aluminium oder das aus Bronzegossen, dass man so Masken machen lässt. Das ist jetzt so ein Urukai aus Silikon. Das sind eigentlich wie Gummimasken. Und eben da ist dann das Silikon eigentlich. Das Material ist eigentlich für das da und da. Da kann man eigentlich Haut ziemlich gut nachstellen. Mit meinem Verein, also da gehen wir eben auf Hausbesuche. Da werden wir eigentlich bestellt von den Familien. Dass wir kommen mit Nikolas und zwei Krampusse. Und da bestrafen braucht man ein Kind nicht. Als Krampus spürt man das dann, ob sich das Kind jetzt fürcht, noch mal weiter zu gehen darf oder kann. Da haben wir jetzt eine Nikolausmaske von mir. Also eher klassisch und ausgeführt vom Bord her und verspült. Aber vom Ausdruck her ein bisschen ermahnender für die Kinder, für die Schlimmen. Und da ist eigentlich das Coole vom Handwerk her, von der Bildhauerei kann ich eigentlich mit den Krampusse eigentlich fast alles ausüben. Also das ist jetzt zum Beispiel Blattvergoldung mit 23 Grad Blattgeld. Und Ölbemalung von einem Kopf. Also das ist eigentlich schon ziemlich was Cooles, wo man in der heutigen Zeit noch arbeiten kann, wie auch die Kirchenschnitzer von vor 300-400 Jahren. Das ist eigentlich schon lässig. Ich wünsche mir halt für die Zukunft noch, dass das so bleibt, wie es jetzt momentan ist. dass die Arbeit, sage ich mal, nicht ausgeht. Dass die Leidenschaft zum Handwerker da bleibt. Und die Liebe zum Detail, sage ich mal. Dass man das nicht verloren geht. Und dass ich das weiterhin machen darf, solange ich kann. Das war jetzt noch so. Das war jetzt auch schon. Das war jetzt auch schon.